Liebe Zuschauer von Hochzeitsmesse TV, ich stehe hier am Stand von Gans in Weiß und frag mal, was bieten Sie denn Ihren Kunden hier alles an? Hallo, wir bieten Brautmode, Abendmode, Cocktailmode, natürlich Herrenmode, speziell auf Maas. Wir haben einen riesengroßen Trauring-Studio bei uns im Haus mit über 2000 Tringe auf Lager. Ja, Bühne ist bei uns zu haben, Champagnerbar, ja, nur die Braut fehlt uns. Wie weit muss ich mich denn vorher bei Ihnen melden? Es ist unterschiedlich. Für Wochenende, Samstag, Freitag würde ich vorschlagen drei Wochen vorher, sonst Woche vorher reicht vollkommen aus. Wir bieten auch VIP-Termine bei uns im Haus, sprich auch Termine abends ab 18 Uhr. Da wird das Haus speziell für Sie zugemacht. Da sind Sie alleine mit Ihrer Gesellschaft und unserem Verkaufspersonal und können richtig eine Erlebnis-Party feiern. Wenn ich jetzt feststelle, ein Brautkleid passt, bin ich richtig, haben Sie auch die Möglichkeit, das dann gleich im Haus zu ändern? Wir haben eigene Haus-Schneiderei bei uns im Haus. Wir haben zwei erfahrene Schneidermeisterinnen, die seit 20 Jahren in dem Geschäft tätig sind und ist bei uns alles möglich. Wo kannst Sie denn finden im Internet? Wir sind in Landsberg am Lech und im Internet sind wir www.ganzenweisszusammengeschrieben.eu. Super, vielen herzlichen Dank!